Leute, 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 zweiter Talk dieser Woche und ich muss mir jetzt schon mal, seit einer Stunde höre ich mir schon den Rage von Turkelton heute an, obwohl er heute schon geweint hat, Leute, obwohl er heute schon geweint hat. Damit kommen wir schon zu den Spoilern, denn falls ihr jetzt immer noch nicht die Folge geguckt habt, dann braucht ihr euch später nicht beschweren, dass ich die Finalgewinner auf das Thumbnail packe, dann seid ihr selber schuld, denn wer die Folge, wer sind die letzten zwei Finalteilnehmer, YPC Bank 2022, Folge 20, noch nicht gesehen hat, der sollte unten an den Infobox gehen, da die Folge angucken und dann wieder hergehen, ist eine Stunde 20, pures Entertainment und die letzte Folge der 2. Zwischenrunde, Leute, und, äh, Turkelton, warum hast du denn geweint? Entertainment, nennst du das? Das warst du das Entertainment, ja. Ich hab mir zweimal gedacht, dass ich einfach ausschalte. Tim, wieso tust du das in deinem Alter noch an? Skipp doch einfach nach vorne, schau das Scoreboard an und lass dich am Arsch lecken, ey. Was für eine schreckliche Folge. Und ich weine es jetzt überhaupt nicht. Mir ist auch scheißegal, wie sie heute gecashert haben, mir ist alles scheißegal. Es ist, ich bin einfach gebrochen. Aber egal. Ich hab dir heute im Stream gefragt, Tim Beinz, ich so, nein, natürlich nicht. Es ist so eine unfaire Drecksfolge. Ich hasse diese Folge so sehr, ich werd sie mir nie wieder angucken. Sowas Schlimmes. Wie geil, wie geil er geangelt hat, was er verhächtet. Da holt er doch die größten Hekte raus. Und dann gieß es dieser Drecks 22er Missbarsch, ey. Und nein, die Webcam ist nicht so kaputt, ey. Ich bin so rot, ich bin komplett im Eimer, ey. Du redest über Eule, hä? Du redest über Eule? Ja, ja, ja. Aber der Zander hat sich da gerichtet. Der Zander, der wollte halt nicht. Der Zander ist jetzt... Hat er ihnen auch nicht geholfen. Ich hab auch mit dem Zander. Enrico ist an Zander gescheitert. Eule, Dustin, Henrik. Alle scheitern am Nemesis, den Zander. Ja, aber ganz ehrlich. Diese Zander. Lightning and the Zander. Zander, Zander. Where's the Zander? Lightning and the Zander. Zander, Zander. Die Zander hätte er auch nicht gefangen. Komm, hör auf. Was? Die Zander hätte er auch nicht gefangen. Die war einfach so krass. Ja, aber... Also Ton ist der... Wir haben heute im Chat gesagt, Ton ist der neue... Ton wird mal der Dustin 2. Ich hab gesagt, das ist er schon. Also... Nee, du kannst jetzt nicht schon... Das sind die Krone wegnehmen. Das geht nicht. Hast du gesehen, wie der geangelt hat? Ja. Der ist ins Wasser gefallen und hat einen Zander gefangen. Während die anderen danach gesucht haben. Der ist ins Wasser gefallen und hat einen Zander gefangen. Weil ein bisschen die Angelrute ins Wasser gehalten hat. Ja, ich weiß. Bist du mir jetzt irgendwas anderes erzählen? Hör doch auf. Der Kommentar vom Kameramann war geil, oder? Das war nicht so... Ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem. Trotzdem. Also machen wir mal Butter bei der Film. Fische. Ton war richtig stark, wie immer. Absolut stark. Ich liebe Ton auch. Alles, was er gemacht hat. Fangen wir direkt bei Platz 1 an. Sehr stark. Glückwunsch, Ton zum Einzug ins Finale. Sehr, sehr geil. Und das Ende war natürlich richtig sick, ne? Aber wie krass er auch gefischt hat. Oh, unglaublich, Alter. Unglaublich. Aber er hat auch gesagt, wie viel Arbeit er reingesteckt hat vorher, ne? Indie-Spot-Suche, Indie-Spot-Wahl und all so ein Krams. Ähm, jetzt, wenn das rauskommt, ist der Hendrik-Harg-Talk schon draußen gewesen? Ne, noch nicht. Deswegen müsst ihr euch auch nochmal, wegen Vorarbeit, wie wichtig das Netzwerk ist und sowas alles, den Hendrik-Harg-Talk am Donnerstag angucken. Ganz wichtig, Leute. Zieht's euch rein. Da werdet ihr noch einige Infos deswegen erfahren. Aber was sagst du jetzt? Also Ton macht's, oder? Bist du uns einig? Das kann ich jetzt nicht wissen, weil jetzt ist alles unter Neues-Land. Wie gesagt, ist ja Neues-Land, keiner weiß, keiner kennt die Spots. Wir müssen gucken, was für eine Vorbereitungszeit die kriegen, wie das Netzwerk dann aussieht. Das wird jetzt super spannend, das Finale. Weil, wie können sich Angler jetzt auf neue Gewässer einstellen? Ton ist ja richtig gut. Das ist ein Analysegeist. Kann Gruppen lesen, kann Gewässer lesen. Der hat gute Chancen, auf jeden Fall. Weil der hat sehr, sehr gute Chancen. Aber wir können ja später mal auf die Final-Teilnehmer noch eingehen. Können wir noch drauf eingehen. Patrick, Mr. Emotional. Boah, Junge, krass, Mann. Wie man sich so freuen kann. Gänsehaut, Alter. Der ist lauter wie ich im Stream. Aber der ist so ein Vollblutangler. Und der hat sich auch zu Tode geangelt. Und wir wissen ja beide, er ist ja immer noch verletzt. Die lassen hat er gebracht, obwohl er gehandicapt mit seinem Fuß war die ganze Zeit. Ja. Der war nur auf Schmerzmittel wahrscheinlich. Und dann noch in der prallen Sonne, so wie er sagt, jetzt tu den Lampen in den Kopf. Ich dachte mir so, warum kippt der jetzt nicht um? Also wirklich, das ist ein Arbeitstier. Der ist jetzt nicht das Gefühl, so ein Techniker wie Ton, aber der ist einfach ein Arbeiter. Der arbeitet sich einfach die Spots ab. Das ist ihm scheißegal. Das ist krass, ne? Das ist ein Workout, der läuft. Ja, das ist... Richtig erarbeitet, muss man sagen. Richtig stark erarbeitet. Wo ist er gestartet? Platz 4 oder so? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Und hat sich dann nach vorne gefischt, ey. Und ja, hat so mit meiner Theorie, dass Team Quantum den YPC gewinnen wird, leider zunichte gemacht. Malable. Und dieser Talk, wenn Gott sei Dank gibt es keine Tippspiele, weil dieser Talk ist die beschützendste, die beschützendste Informationsmöglichkeit rauszufinden, wer den YPC gewinnt. Ey, so falsch kann niemand liegen, ey. Wir haben niemanden predicted. Niemand. Aber auch wirklich niemanden. Niemand, dem wir gedacht haben, kommt weiter, ist weiter. Schlechstes Podcast, Videopass im Internet, ey. Das aller Geiz ist, im nächsten Talk wird es auf jeden Fall so sein. Ah, Turcote und Icy sagen, die und die gewinnen das Ding. Okay, da können wir schon mal rausstreichen, die werden es auf gar keinen Fall. So sieht es aus, ey. Ey, wir, 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 uns spricht bald keiner mehr. Immer wenn wir irgendjemanden als, als der, der kommt weiter sehen, verliert der meistens. Also, wir haben, wir haben Dustin und Enrico getötet. Super. Wir sind wie der 50-50-Joker, weißt du? Wir streichen erst mal zwei weg, die es nicht werden, Alter. Alter. Wir haben, wir haben, wir haben, dir ist schon klar, dass wir Enrico und Dustin auf dem Gewissen haben, ne? Wo wir gesagt haben, die kommen weiter. Dustin, Jonas, ähm, ich hab auch noch Dirk Ostrowski auf dem Gewissen gehabt, Alter. Das stimmt. Oh, ich hab sie alle getötet. Oh, der Witz. Alter, hatte ich mir beim Marad, hatte ich mir noch was aufgeschrieben. Warte mal, ich guck mal. Ähm. Ich hab eine Sache noch, während du suchst. Ton hat jetzt auch eine neue Kesher-Technik entwickelt. Er legt den Kesher einfach ins Wasser und schiebt den Fisch rein. Alter, wie wild war das denn? Und dann, das war, das war krass, Alter. Er hat den auch einfach Hand landen können, ne? Aber so war auf jeden Fall Safety, dass der Fisch nie nicht aus der Hand fällt bei der ganzen aufgeregten, ne? Barsch im Turnier, 51. Der ist fast noch den Rekord mitgenommen. 22,5 ist, glaube ich, der Barsch-Rekord. 52, genau, ne? 51,5 war's. Und dann wurde jetzt 52. Ja, stimmt. Ich hätte auch noch einfach so mitgenommen. So, ja, geht's schon. Mach ich mal. Ja, das war krass, Alter. Das war richtig krass, ey. Aber Marable hätte auch vor lauter Freude fast seinen Fisch verloren, ne? Wo er sich so übelst gefreut hat und auf einmal kippt der Kesher so ein bisschen nach unten. Ja, aber mit einer Sache hätte ich wieder fast recht, fast recht. Die Top-Water-Punkte haben Marable den Arsch gerettet. Die Top-Water-Punkte nicht, hätte er um einen Punkt für Arbeiter gekommen. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. So viel zum Thema Top-Water. Und dann, hm, wir machen das irgendwann, wenn wir Zeit haben. Also, ist wichtig, ist wichtig. Das dauert auch nicht. Besser haben als nicht haben. Ist so, Mann. Ist so. Hätte einen Zentimeter irgendwo gebraucht und dann wäre es weg gewesen. Dann wäre Patrick auf den Dritten. Ja, kommen wir zu Jonas, ey. Stark angefangen, stark nachgelassen. Also, am Nachmittag ging nicht mehr viel. Ne, da ging einfach nicht mehr viel in dem Spot, ne? Also, schade eigentlich. Die berückten Taktik hat plötzlich auf einmal, ja, wurde auf einmal schockt. Mach, ey, schade, ey. Schade. Trotzdem supergeil geflischt natürlich die ganze Zeit. Und dann. Und gute Fische gehabt. Also, das hätte auch funktionieren können. Also, schau dir mal an. Ein 41er Barsch, den fangen wir nicht, wenn es gut läuft. Ja. Dann hast du einen 50er Zander, kannst du sagen, okay, der hat sogar der Turkelton-Schock-Fanger. Aber dann 69er-Hecht musst du auch erst mal fangen. Also, das ist, hätte auch funktionieren können. Also, wir haben Gruppen gesehen im YPC dieses Jahr, der wäre das werster Platz gewesen. Stell dir vor, der hätte einfach nur seinen Hecht verbessert. Da hätte es geklappt, Alter. Boom, ey, ja. Ja, hätte nicht sein sollen. Aber kurz davor, ins Finale einzutreten. Ich denke, Team Quantum wird, denke ich mal, aber trotzdem nächstes Jahr wieder mit am Start sein. Aber super sympathisch. Ich habe es im Stream gesagt. Jonas hat wirklich, da hat er super viel gemacht. Das ganze Quantum-Team, richtig geil. Und das fand ich auch gut. Er hat sich richtig bedankt bei allen und wirklich namentlich. Und hat es gar nicht als seine Leistung rausgetan, sondern gesagt, hey, wir sind da ein Team. Ja, Mann. Alle hier waren beteiligt. Super sympathischer Kerl. Kauf Quantum-Köder. Ist so. Du Peddler. Du Peddler. Kauf Quantum und guckt jede einzelne Folge von Jörg Owens. So sieht es aus. Ist so. Ist so. Habe ich noch was zu Jonas? Warte. Nee. Heilig. Markus. Also Markus, dickster Respekt. Also wirklich hier. Ohne Witz. Das war. Mr. Waller. Taktikmäßig. Danke. Wo man am Anfang dachte, uh. Und dann ist er wieder so stark reingestartet, Alter. Hechte kann er. Hechte kann er, Alter. Auf jeden Fall. Hechte war krass, Alter. Oder dieser Meterhecht. Ich habe ja eine neue Tastatur gekauft, nachdem ich ja vor, glaube ich, zwei Wochen im Stream einfach mal einen halben Liter über die Tastatur geschüttet habe. Die wäre halt fast kaputt gegangen. Ich war froh, weil ich habe einen ein bisschen größeren Schreibtisch von der Breite her. Ich habe mir so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich habe so auf den Tisch gehauen. Ich habe kurz gedacht, ist ja nur so ein Ikea, so ein Ikea Küchentück, so eine Küchenplatte. Ich dachte kurz so. Da dachte ich mir, ach Tim, du bist fett und langsam, Gott sei Dank, kannst du so ein Ding nicht kaputt schlagen. Tut heute immer auf die Hand weh. Ey, ich habe mich so geärgert. Ja. Ich weiß, als du hast recht, es hätte nichts genutzt. Aber hey, wie geil wäre das gewesen. So ein Hund, Meter, Zehn, Hecht einfach gefangen. Wäre krass, ne? Ich hoffe, ich wünsche dir nicht, dass Carsten Mr. Waller jetzt so ein bisschen Hybrid macht. Und dass er nicht nur Mr. Waller ist, sondern Mr. Waller und Hecht. Kann man neue T-Shirts verkaufen? Carsten, mach ein neues Logo. Kann man mehr T-Shirts verkaufen? Vielleicht haben wir auch im Januar Mr. Bass. Wer weiß. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also ich hoffe, dass wirklich Markus den Rauf für Schreis ein bisschen erhalten bleibt. Klar, das Person die Turniere, der war einfach Goat. Also es hat einfach Spaß gemacht. Muss man einfach sagen. Alter, so erfrischend. Ich habe in den Kommentaren noch nie so viel Hype um eine Person gesehen. Und so viele positive Kommentare in jeder Folge. Selbst wenn eine Folge, wo er nicht dabei war. Ohne Witz. Ja, ich vermisse hier in Eule und sowas. Alles super, super stark. Er hat so viel Pepp der Folge gegeben. Und wenn es einen Gewinner gibt, obwohl er den YPC nicht gewonnen hat, dann ist es Eule. Absoluter Gewinner. Absoluter Gewinner. Was hat sich Carsten dabei gedacht am Anfang, Alter? Ohne Witz. Wir schicken Eule hin. Und jeder hat sich doch beschwert. Das muss ich ihm am Samstag noch fragen, Alter. Das muss ich am Samstag fragen, Carsten, Alter. Wie kommt man auf so eine Idee? Wie schickt man Markus Eule auf ein Raufessturnier, Alter? Ohne Witz. Ja, es hätte auch super nach hinten gehen können. Also das war ja wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, Mann. Ohne Witz, ey. Weil wir haben ja Markus in den Trainings gesehen, wenn es nicht gelaufen wäre, wäre der Downer der YPC-Gruppe gewesen. Ja. Weil dann, aber wie gesagt, ich glaube, die haben einfach ein Belohnungssystem bei ihm gebaut, hast du auch gemerkt. Und jetzt, wie hat er das gesagt? Eine spezielle Zigarette, wie hat er das gesagt? Die lustige Zigarette. Ja, genau. Vor allem, jetzt brauche ich eine Kippe, ein kaltes Bierchen, bla bla bla, ohne lustige Zigarette. Also, wie gesagt, richtig geil, Markus. Und ich finde, er hat sich auch sozusagen so runtergeschraubt von der Personality, dass es im YPC auch geklappt hat. Weil ich glaube, wenn er so gewesen wäre, wie in seinen Mr. Waller-Videos, hätte es vielleicht den einen oder anderen über Pace gewesen. Also da auch wirklich Respekt, wie er sich da verhalten hat. Und wie gesagt, dicke Props. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir Eule-Fans sind. Und es hat er auch alles tausendfach zurückgezahlt. Ich weiß noch, wie wir am Anfang gesprochen haben. Hoffentlich fängt er wenigstens ein Fisch. Ja, Mann, ich weiß, ich weiß weiter. Aber weißt du, warum ich das erinnere? Das ist dieses, du behältst deine Mentalität, bist aber auf der Arbeit. Du bist professionell. Ja. Es war einfach professionell, was er gemacht hat, weißt du? Und das war cool. Das war einfach cool. Respektvoll. Dem Fisch gegenüber bist du auf die eine Situation. Aber irgendwann geht es halt auch durch. In einem All so Krams. Ja, das war richtig, richtig Props, Alter. Props, warte, ich habe ja den Applaus-Button für Eule, warte. Applaus-Button für Eule. Warte, kommt jetzt. Geh an. So, jetzt, da ist er. Applaus für dich, Eule-Schmäule. So, reicht. Du musst dir unbedingt irgendwie ein Tor kriegen, IC. Ja, er hat mir alles schon zugestimmt. Ich werde Samstag, vielleicht machen wir Samstag schon einen Termin. Mal gucken, wenn ich ihn sehe. Ja, auf jeden Fall witzig. Ich kriege ihn in den Talk. Dann brauche ich dich aber als Übersetzer wahrscheinlich. Ich versuche mein Bestes, ne? Oh Mann, Herr. Und dann Enrico. Enricos schwärzester Tag, glaube ich. Ich glaube, er hat noch nie so schlecht geagelt wie heute. Und, ja. Ich glaube, doch noch. Also, er hat auch einfach kein Glück gehabt. Du hast gemerkt. Hat aber nicht gepasst. Mit harter Superlight. Ja, mir auch, Alter. Aber was ich cool fand, er ist erst nicht gebrochen gewesen. Er hat das einfach akzeptiert. Ich glaube, daran siehst du einen richtigen Profi. Da hat er gemerkt, es wird nichts mehr, Leute. Ja. Und da hat er anders reagiert wie die anderen, die eher schlechter gefischt haben. Enrico ist einfach hingenommen. Er war jetzt nicht glücklich oder so. Aber er hat einfach gesagt. Mein Gott, nächstes Jahr gibt es wieder ein White PC Bank. Lass auch mal andere mitspielen. Also ich fand, er war natürlich nicht zufrieden mit seiner Leistung. Aber du merkst, er ist richtig gefestigt. Er ist auch in einem Alter, wo er jetzt gefestigt ist. Ich glaube, vor drei, vier Jahren, glaube ich, hat sie noch mehr, glaube ich, richtig zickig geworden. Du meinst, letztes Jahr. Okay. Gut für dich. Okay, ja, du hast recht. Er ist jetzt in einem Alter ein Jahr reife. Aber er sagt ja auch immer, er arbeitet letztlich. Ich glaube, innerlich war er schon krass. Aber auch da kommt wieder dieses Professionell dabei. Ich glaube, warum da jetzt noch so Panik machen? Auch wenn du merkst, der Zander kommt nicht und der Barsch ist auch noch nicht da. Du hast da zwei Hechte in der Leistung. Der eine Hechte ist auch noch nicht so gut eigentlich. Aber gut, er ist da. Läuft halt nicht. Ich muss gerade mal zum Kind. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Skibidiwa, skibidiwa. Ja, ey, trotzdem. Enrico ist trotzdem gut von der Bühne gegangen. Muss man einfach sagen. Also ich fand es trotzdem in Ordnung. Lacker Boss, wirklich. Eingratuliert. Ähnlich wie Dustin halt auch. Tatsächlich, ne? Als Tabellenführer. Rein in die Zwischenrunde. Und dann leider in der Zwischenrunde so, ne? Ja. Ähnlich wie Dustin. Das ist ein guter Vergleich. Ähnlich wie Dustin. Ja, Mann. Ja. Wie gesagt. Guter Typ. Und wie gesagt. Bei Bass, wisst ihr, ist er nicht dabei. Da ist ja Christian, glaube ich. Christian, ne? Ja. Birit, genau. Aber wie gesagt, dann sehen wir ihn halt wieder bei, was auch immer. YPC. YPC. Xander Pro 3. Ja, vielleicht. Es wird genug Enrico 2023 geben, glaube ich. Boat vielleicht. Ja, ey. Wir werden Steffi Enrico 2023 sehen. Denke ich mal auch. Genau. Ja, denke ich mal. Und dann. Ja. Dann. Daniel, hey. Der hat es ja schon wieder geschafft. Hat heute, dass ich Kopfschüttel. mit seiner Badehose, wie er da irgendwie durch das hohe Gras läuft, so keine Zecken gibt es nicht in Holland. Ist auch nicht so schlimm. Der hat aufgeschonten irgendwie durch irgendwie Prennesseln läuft und so. Und ich mir denke so, Seven vs. Wald ist doch erst wieder Mittwoch. Warum schaue ich mir am Montag Seven vs. Wald? Warum schaue ich mir Knossi am Strand an? Ach, war Daniel. Digga. Es gibt Gründe, warum ich zum Angeln immer mit einer langen Hose gehe. Es gibt doch immer. Obwohl ich schluss wie ein Stein. Ja, ohne Witz. Weil jetzt mal er schon seine Badehose gehabt hat. Ich fand die auf Badehose, die sah cool aus. Aber ich dachte mir so, naja, wenn du an die Gewester gehst, geht das. Aber du kannst doch nicht den Marablespot abfischen, ohne irgendwie Adventure-Hosen und hohe Stiefel. Das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Ach, Mann, Daniel. Er tat mir auch ein bisschen leid, ne? Er tat mir auch ein bisschen leid. Ich meine, Schneidern ist wirklich nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Tut mir auch leid, Mann. Vor allem in der Zwischenrunde, Schneidern ist scheiße, Alter. Wirklich, Daniel, ne? Aber, ja. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Er hat ja bewiesen, dass das er angeln kann. So werde ich in die Zwischenrunde gekommen. Muss man auch ganz klar sagen. Also, Daniel ist ein ganz schlechter Angler. Weil ich, das habe ich, glaube ich, unter ein paar Kommentaren schon gelesen. Das ist nichts zu tun, dass Daniel ein schlechter Angler ist. Schneidertage hat jeder. Diese Kommentare immer, Alter. Wo ich mir denke, so, Daniel ist in der Zwischenrunde. Also, wenn er in der Vorrunde dreimal nacheinander schneidet, würde ich auch sagen. Geht vielleicht mit Turketen eher mal zum Fischen. Habt ihr gleiche Ergebnisse. Braucht nicht zum YPC, aber der Daniel fischt immer gut. Ist ja nicht so, dass Daniel immer in der Vorrunde rausfliegt. Ist so, Mann. Was ist denn das immer? Diese ganzen Menschen, Alter, die so einen Scheiß schreiben, Alter. Der fischt jedes Jahr mit. Man sieht jedes Jahr, klar, ist er ein Tollpatsch. Aber er fängt trotzdem Fische. Und genauso wie diese Big-L-Sache, Alter. Letztes Jahr, wo alle gesagt haben, er kann nicht angeln, er kann nicht angeln. Und jetzt steht er im Finale. Und jetzt halten sie alle im Maul, Alter. Weißt du, ach Mann, ey. Ich hab's dir damals schon gesagt mit dem Training-Video, was er für Hecht gemacht hat. Der Mann hat Ahnung. Weil der Mann ist halt einfach ein Normalo. Also Big-L ist halt einfach kein glatt gebügelter, durch tausend Workshops gehender Profi, der sich halt alles rhetorisch nehmen kann. Und halt nicht so natürlich ist, wie jetzt Dustin. Ich glaub, Dustin wird solche Kurse gemacht haben. Ich glaub, Dustin ist auch ein anderer Typ. Und Louis ist halt einfach ein normaler Kerl, der eine Angelfirma hat. Weil er halt Bock drauf hat und wahrscheinlich nichts Besseres gelernt hat. Deswegen ist Louis da, wo er ist. Den Taktiker. Ja. Keine Aussagen, wenn er nichts weiß. Vielleicht hat er was anderes gehört. Er hat einfach nur Bock auf Angeln. Auch das. Aber er macht uns aus Liebe. Also Big-L ist, glaube ich, niemand, der hier irgendwie die Geldscheine die ganze Zeit zählt. Der hat Bock drauf. Man muss nur seine Videos angucken. Man muss ihn mal als Kerl kennenlernen. Das ist super. Du lässt dich wahrscheinlich auch am Wochenende kennen. Der Typ ist einfach einer von uns. Es ist nicht irgendwie so, ja, ich bin hier irgendwie, ja, der Big-L. Und ich reiß hier alles weg. Da ist ein ganz netter Kerl, der einfach Bock hat zu angeln. Und ich glaub, der auch gerne einfach den YPC-Fischwader unter Kumpels ist. Du hast ja gesehen, wie sie sich für ihn gefreut haben. Aber es ist ja nicht so, dass das irgendwie alles, ich glaub, das vergessen auch viele. Das ist nicht WM in Katar. Das ist hier, das ist das Hecht und Barsch. Freundschaftsturnier so ein bisschen. Mit ein bisschen Werbung und so unter Kumpels. Das sieht man auf den Siegerehrungen, ey. Da geht's ja, wie gesagt, nicht um Milliardenverträge. Der nächste Slogan von YPC zu Hause bei Freunden. Ich seh's schon, komm, halt. Ja, klar. Schön mit der One-Love-Bindel. Haben wir auch wieder Fußball reingebracht, sehr gut. Ja, aber schön, Fußball muss immer rein. Spencer, grüße dir. Nein, aber da sieht man halt auch, dass es ist, und du siehst es auch bei Enrico, die Veränderung, weil einfach das, glaub ich, auch das Format fordert mit den Kommentaren. Damit musst du nämlich auch erstmal klarkommen. Ja. Ich krieg hier ein paar lustige Kommentare bei dir, aber lest mal zum Teil, was da unter Hecht und Barsch drunter ist. Und ich weiß nicht, was da wegmoderiert wird, IC. Ich hab keine Ahnung, ob das moderiert wird. Ja, gute Frage. Also Hecht und Barsch steckt ja auch mit den Kommentaren drunter. Und die teilen auch mit gut aus. Finde ich sehr, sehr gut, dass sie da keine Hand voll im Mund nehmen. Und das immer noch mit ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Das Thema hatten wir auch mit Hendrik im Talk übrigens am Donnerstag. Und ja, guckt's euch an. Da muss ich jetzt nicht spoilern. Guckt's euch an. Aber wie gesagt, das ist halt einfach, umso größer die Community wird, umso toxischer wird sie. Und wir haben hier das Glück, dass IC einfach noch keine 100.000 Follower hat. Ja, aber respektlose Scheiße banne ich auch weg. Also ist mir egal. Ja, aber an einer gewissen Größe weißt du, wie sehr du es eindämmen kannst. Und das geht halt auch sehr oft einfach gegen Personen. Und das kann halt einfach nicht sein, jeder, der hier angelt, der geht dann nicht als Scheiter nach Hause. Ja. Wie viele Angeltage laufen denn? Wie viele Angeltage machst du denn Dustin Days? Ich mache ja keinen Dustin Days. Das? Ich freue mich, wenn ich überhaupt irgendwas kriege. Dust in Days, Alter. Könnte auch eine andere Form von Schneidertag sein. Dust in Days. Ich habe heute nur Staub. Danny hat sich super gut angestellt. Der hat die guten Spots gefischt. Ich glaube einfach, dass der Spot auch einfach jetzt tot ist, nachdem Marable drüber gelaufen ist, er drüber gelaufen ist, der Triko drüber. Ich meine, der Spot ist halt auch einfach tot gewesen. Aber das ist auch ein gutes Beispiel für, weißt du? Weil alle auch immer in den Kommentaren schreiben, oh, angelt an dem Spot, angelt an dem Spot, hat der schon gefischt. Der Spot alleine reicht nicht immer. Du musst auch wissen, was du an dem Spot fischen kannst. Und du musst es ausprobieren. Du musst den Spot kennen. Und ein Marable, der so viel Vertrauen in seinen Spot hat, den tausendmal gefischt hat, alle Köderarten schon mal durchgezogen hat und weiß, jetzt könnte das, wenn das nicht klappt, dann klappt das wenigstens. Dann könnte ich damit probieren. Ja, das bringt einfach nicht, einfach nur einen Spot zu gehen und denken, ey, hier kann ich fangen. Das bringt einfach nichts. Und Daniel kannte den Spot, glaube ich, auch einfach nicht gut genug. Weil du hast es bei Marable gesehen. In Marable ist dann gespitzen gespot hingegangen, hat seinen Zander hochgeholt. Zander war es, ja. Und dann hat er gleich gesagt, sorry, jetzt fangen wir auf, weil hier der Spot ist jetzt tot. Ich gehe jetzt hier schön schleppen, weil das ist die einzige Art, wie ich das finde. Weil hier sind sie so verteilt bei dem Wetter. Der kannte den Spot. Der ist ähnlich wie Ton. Der hat einfach die Spots kannte und auch ihre Eigenheiten, bei welchem Luftdruck, wie oder was funktioniert, haben wir auch bei Enrico gesehen. Der hat auch gesagt, ja, scheiße, das Wetter ist nicht gut genug für den Spot eigentlich. Aber ich kann nicht durch und ihr dürft nicht vergessen. Das ist heute nämlich in der Folge, glaube ich, überhaupt nicht mehr rübergekommen. Das ist immer noch das schlechtere, bösere Regelwerk. Ja. Die konnten nicht durch die Gegend fahren und Daniel konnte zu keinem anderen Gewässer fahren. Hat er ja auch gesagt, weil da müsste er wieder Stunden fahren. Und der hat nur zwei Stunden Zeit gehabt. Ja. Das lag auch an dem neuen Format. Ich glaube, wenn Daniel zwei Tage gehabt hätte, hätte er nie wieder besser gearbeitet. Weil er gemerkt hat, der Spot von Marable ist im Arsch scheiße. Hätte einen Tag abgehakt, wäre scheiße gelaufen und am nächsten Tag hätte er angefangen. Ist klar, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ich finde das Format jetzt fairer. Auch wenn es Enrico und Eule getroffen hat. Aber ich fand, heute kam es wirklich drauf, wie gut die Angler waren. Und Patrick und Ton waren halt einfach die herausragendsten Angler mit dem besten Spot-Verständnis. Deswegen haben sie beide geschafft. Weil die haben auch die Spots gewechselt in dieser Folge. Ton hat den Spot gewechselt. Marable, sorry. Marable hat den Spot gewechselt. Das sind halt einfach die besseren Angler gewesen. Heute hat er halt einfach die bessere gewonnen. Auch wenn es meine zwei Favoriten nicht sind. Und ich darüber mehr als traurig bin, weil ich beide gerne im Finale gesehen habe. Ja, Mann. Wobei es auch nicht mehr so interessant gewesen wäre mit Eule, weil Dustin nicht mehr dabei gewesen wäre. Und ich hätte ja gerne Dustin und Eule gesehen. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir, glaube ich dir, Alter. Ich weiß gar nicht, ob das Finale in One-on-One geht, Alter. Vielleicht können die sich auch einfach so aussuchen. Fünf Folgen Finale wird es geben, Digga. Oder? Fünf Folgen. Wir haben jetzt Ende November, jetzt am Sonntag und dann vier Folgen im Dezember, ne? Drei, also bis zum 25. auf jeden Fall. Ja. Weil ich glaube, ich sitze nur noch wochenweise. Jetzt ist es nicht mehr zwei Tage. Jetzt ist dann jede Woche eine Folge, glaube ich. Ja. Das wird die in der Neu-Hop. Ja. Wird spannend, ey. Was hast du in der Vermutung, welches Land es wird? Ja, Panama. Seven vs. Wald, Alter. An den Süßwasserfluss, Alter. Krokodil. Krokodil. Krokodil, komm. Siehst du, den Dings? Siehst du, den Dings? Nein, die waren ja ein paar Monate vorher da. Siehst du, Knossi, so. Was bist du? Maraden und er sehen sich an, Brüder. Ja, gleiche Hautfarbe, ja. Ja, ich bin gespannt, Brüder. Ich bin gespannt. Das hat komisch ausgeschaut. Du hast ja ein bisschen gesehen. Ich glaube, die Krabbe haben sie einfach aus dem Fischmarkt, das sie uns verwirrt. Ich glaube, das war so eine rote Krabbe. Das wäre dann sehr südlich gewesen. Ich glaube, solche Krabbe gibt es bei uns nicht. Aber es sah halt irgendwie nicht so strandmäßig aus, oder? Es war viel Gras und so. Ja, es sah... Ich weiß es selbst nicht, Digga. In Norwegen war aber einfach so schönes Wetter. Vielleicht bin ich jetzt auch wieder dumm. Ich glaube nicht, dass es was Skandinavisches ist. Ich glaube nicht, dass es was Skandinavisches ist. Aber in Spanien auch nicht, weil da ist doch anderes Gras. Da wäre doch viel trockener. Es ist ja im Sommer. In Spanien wird es ja nicht sein, weil... Wer ist im Finale? Marable, Thon, Big L und... Äh, Nordrie. Wo sind sie? Wohl. Vielleicht doch Spanien. Nee, niemals wird es Spanien sein. Die haben doch alle schon am Ebro irgendwo gefischt, Alter. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Es könnte Italien sein. Aber würden sie mit Italien mit dem Flugzeug fliegen? Italien? Meinst du, die hätten Italien? Habe ich gerade Ebro gesagt? Ist der Ebro nicht in Italien? Ich glaube, keiner fragt mich nicht, was schlecht im Erdkunde. Ich habe immer so mehr Star Wars Sternenkarten als Weltkugel. Ich glaube, der... Ich dachte nur, dass der Pro in Italien ist. Dann dachte ich, England vielleicht. Aber Marable ist ja Engländer. Also kann ich mir ja nicht vorstellen, dass sie das reingenommen haben. Und in England würde er auch nicht mit dem Flugzeug fliegen. Du musst dir auch überlegen. Die Leute sind so geisteskrank. Schau dir Christian Biret an. Wo der immer nach unten nach Bayern fährt. Der fährt auch nicht mit dem Flugzeug hin. Und vor allem, wenn die mit dem Flugzeug fliegen, musst du dir überlegen, was wir für Scheiße mal mitschleppen und so. Dass die mit dem Flugzeug fliegen, da muss natürlich viel passieren und viel Wasser zwischen den zwei Ländern sein. Dass die nicht mit dem Auto fahren. Ich fand den Kommentar ganz cool, wo er sagt, du kannst doch von Amsterdam nach Rotterdam mit dem Flugzeug fliegen. Also das Flugzeug hat mich halt verunsichert. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die in Europa mit dem Auto fahren würden. Einfach wegen ganzen Equip und Scheiß. Ich glaube, ich würde auch die Profi-Angler sagen, ach, da mache ich lieber... Frag doch mal Christian Biret, was für ein kranker Typ der ist. Wie der durch die Gegend eiert immer mit dem Auto. Ja. Ich finde, es gibt keine Spritpreiskrise. Also überall sein Auto dabei und sein fettes Boot, ja. Also, wieso soll der fliegen? Also deswegen wundert es mich. Könnte es nicht... Afrika oder sowas, weiß ich nicht, ist vielleicht da? Jetzt, wo der nicht mehr da ist, Süd-Afrika? Was macht man in Afrika? Ist Afrika nicht Bass-Fishing? Na, ich bin gespannt. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben? Was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? Ja. Ich bin wirklich gespannt. Das ist interessant. Das ist interessant. Und dann fünf Folgen. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch mehrere Tage wieder Zeit haben. Ja, aber jetzt schon kein Bock auf fünf Folgen Finale. Vier Filler-Folgen. Eine Final-Folge. Ja, so ist es doch. Warum ist es denn das heute so geil gewesen mit diesen zwei Folgen? Das ist ja ein Grund, warum das so geil ist. Weil du eigentlich zwei Folgen skippen kannst. Das ist ja das Problem. Also, was passiert, wenn du zwei Folgen skippst? Ja. Nichts. Also, deswegen, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich fand das Format, was wir jetzt gemacht haben in der Zwischenrunde, so viel besser. Weil du halt wirklich, ich war heute wirklich fertig. Ich war wirklich fertig mit der Welt. Ja. Ich habe heute eine der schlimmsten Stream-Tage gehabt. Deswegen können wir das ja nicht immer. Deswegen brauchen wir Filler-Folgen. Dein Herz muss sich erholen, Diggi. Dein Herz muss sich erholen. Das war Hecht und Barsch extra für dich. LMLB. Hecht und Barsch. Hecht und Barsch LMLB. Wenn LMLB nett wären, würden sie nicht wieder Eule mit einem Hecht auf den Cover legen. Das haben sie eine Folge hingekriegt. Eine Folge. Bitte die Aufgabe für dich, für Toni am Wochenende. Frag ihn mal bitte, ob die Einschaltquoten von der Folge mit dem gepixelsen Subway, ob das einfach die schlechtesten Einschaltquoten ever waren oder warum sie davon weggegangen sind. Frag ihn das bitte. Das ist eine Frage von Tim. Kannst du nicht sagen. Du bist aus dem Schneider. Aber die Frage hätte mich interessiert. Weißt du, wer nicht aus dem Schneider ist? Daniel. Ja, okay. Lassen wir das. Wie gesagt, drücke bitte am Wochenende. Du solltest das nicht so zu Herzen nehmen. Wie gesagt, das ist halt einfach... Wie hat es das gesagt? Hast du Scheiße am Schuh? 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 Ist so. Und damit benden wir den Talk, oder? Bestes Zitat ever. Ja, würde ich sagen. Also Leute, wir sehen uns am Montag wieder. Kannst du Sonntagabend? Ja, Sonntagabend kann ich. Geil. Ich fliege erst am Montag. Ah, du hörst dir das. Er fliegt. Er fliegt, Leute. Also, wir sehen uns am Montag wieder im Talk. Und ansonsten kommen ja noch Videos die Woche. Wisst ihr ja Bescheid. Falls ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Friert euch nicht die Füße ab. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund bei dem geilen Wetter. Bleibt einfach gesund. Und die abschließenden Worte hat mein Freund Tockelton. Enies, die Vorweihnachtszeit, Leute. Es ist bald soweit. Bis bald noch. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.